Hallo, Sandro hier von Freifam. Ich wurde am Landgericht Ulm verurteilt wegen angeblicher Beleidigung des Richters Dr. Markus Bühler. Ein Grund ist, dass ich seinen Namen sehr oft in einem Video über ihn genannt habe. Was? Ach, ist es schon eine Beleidigung, wenn man den Namen von Dr. Markus Bühler nennt? Ach ja, es ist auch eine Beleidigung, weil ich seine Website so auf dem Video gezeigt habe, auf der ein Bild von ihm ist. Heyo, lass uns den Dr. Markus Bühler tissen. Dr. Markus Bühler? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Der Magus Bila Untertitelung des ZDF für funk, 2017